hallo und willkommen zu einer neuen folge fort mit mir den neocrafter a.k.a. max a.k.a. heute alleine heute a.k.a. mit richtig geilen stuff wir haben 200 v bucks geschenkt bekommen warum weiß ich ehrlich gesagt nicht steht wertvolle wären um artikel im alten shop zu kaufen aber keiner weiß worum ich jetzt bekommen habe hier sind irgendwelche musik dinge die hatte ich mal vielleicht habe ich die box für dieses für diese cd hier bekommen wer weiß das schon es ist neues update draußen leute wir gehen gleich mal auf battle royal leute das spinnt hat sich glaube ich nichts verändert item shop ist auch gleich geblieben halt immer schmutzig weil irgendwie nichts cooles drin und also für mich jedenfalls nicht battle pass die bonus die sie sind endlich da guckt euch die bonus stile mal an wir machen gleich mal wartet mal seiten anfordern machen wir gleich mal alle weil wir sind ja schon drüber da seht ihr jetzt erstmal alle stile hier die sehen eigentlich die lila stile gefallen mir ehrlich gesagt hier dort dass das finde ich auch noch ganz nice das gibt mir irgendwie so travis scott vibes mit diesen mit diesem gibt es auch so eine lackierung von travis gott und sieht auch so ähnlich aus also nicht komplett aber halt so ähnlich man sieht halt auch nice aus die augen gefallen mir halt dabei übelst gut das ist schon wieder trashy ist halt so ne bei ihr gefällt mir auch nicht so dass es für mich für mich das trashy aber nicht so schlimm leute da haben wir das ein solid snake in drei stunden freischaltbar da können wir solid snake freischalten das ist ein old stil irgendwie mode mit so einer kiste sie ganz emoticon sorry hängegleiter ganz cool aufgaben irgendwas sich verändert oder so ne aber die map hat sich verändert leute der schnee ist geschmolzen so also hier ist noch ein bisschen was schnee aber hauptsächlich der schnee überall ist geschmolzen sieht richtig nice aus gefällt mir mega und ich weiß nicht was ich sonst noch sagen soll leute ich glaube wenn ich mich jetzt nicht ganz so irre kann man heute den peter copter freischalten oder liege ich da falsch oder ist das erst donnerstag doch in zwei stunden kann man den peter copter dann auch freischalten und auch cool leute ist richtig krasses zeug ne es kommt auch noch richtig krasse skins in dem shop der fortnight crew skins auch für nächsten mal schon aber hier noch nicht aktualisiert schade aber cool leute ich hoffe ich dieses hat dieses mini mini video gefallen lasst gern leichter abonniert wenn ihr es nun nicht damit aktiviert glaube dass ihr kein spiel verpasst schauen wir schon da das verlinkt in den sinne haut drin bis dann und ciao leute